An? Jetzt ist An. Und du? Milan. Was? Du bist wieder zwei für deine E-Fausgleiche. Ja, wir sind die Leute der Kumpels. Ich soll doch wohl. Geh mal höher, geh mal höher. So, feiern! Ja! Ja! 12.000 Euro! Ich brauche noch eine Kamerafrau. Gestern ist das Crowdfunding zu Ende gegangen. Und insgesamt 12.050 Euro ist zusammengekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ja! 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 Ich hab mir das alles gesagt. Ja! Wie ihr seht, ist die Kombüse jetzt endlich mal grünen. Auf Facebook hat man es ja schon gesehen. Hier sieht es eher gelb aus, aber es ist tatsächlich grün. Sieht gelb aus und ist nicht schön. Durch die Kamera. Achso. Aber es ist schön gelb. Wahrscheinlich durch die Beleuchtung. Also wie man sieht, es ist ein leuchtender Grünton mit einer Wickeltechnik. Hat unser Maler quasi sehr schön gemacht auf jeden Fall. Wir wollten jetzt noch einen Streifen machen, oben und unten und links und rechts. Aber haben wir uns jetzt doch dagegen entschieden. Denn so wie es jetzt gesprengt ist, passt es auch sehr gut zu der Decke. Und hebt sich auch nicht so doll ab von dem dunklen Holz. Was haben wir jetzt für Pläne? Haben wir das Geld? Was machen wir jetzt? Jetzt fahren wir nach Mallorca. Fliegen nach Mallorca. Jetzt gibt es auf jeden Fall neue Tischplatten. Genau. Damit wir nicht mehr diese schönen Tischplatten hier in Anspruch nehmen. Unser Tischler Josef hat schon bestellt. Genau. Er fällt demnächst ein paar Bäume und macht was. Neue Küche. Neue Küche kommt. Kommt auch. Hoffentlich bald. Ja, wir sammeln gerade Kostenvoranschläge. Dann hat jemand Reißverschluss gefunden. Und wir diskutieren gerade über die Außenwerbung. Also quasi die Schilder, die direkt am Haus dran sein werden, wo jetzt immer noch das Symboli dran ist. Und ja, wir diskutieren gerade da, wie wir das am besten machen wollen. Und ganz klar ist das noch nicht. Aber... Also wenn ihr Vorschläge habt, immer her damit. Genau. Du wirst ein ganz großes Gemüse-Kommüse ran sprühen über das ganze Haus oder so. Ja, genau. Oder mit Graffiti, wenn ihr den guten Sprayer kennt. Genau. Das gibt wohl eher Ärger. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja. Oh, ich glaube der Mann hat auch Klöppapier. Ja, was noch? Es ist Pfingsten, die Sonne scheint. Wir machen die jetzt mal frei. Genau. Es ist erstmal ein bisschen Freizeit. Morgen ist Ausspann. Auf jeden Fall. Und nächste Woche wahrscheinlich größtenteils Papierkram und so weiter, weil Josef jetzt nächste Woche... Brauch noch Helfer. Ganz viele. Und die Dankeschöns werden wir dann demnächst auch mal irgendwann fertig machen. Allerdings ja nicht sofort. Also zum Beispiel die Gutscheine und gewisse andere Sachen muss ich jetzt erstmal selber bestellen, damit die ankommen. Also es wird einfach noch ein bisschen dauert. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ihr nicht gleich morgen euer Gutschein im Briefkasten habt. Also frühestens zur Eröffnung sowieso. Vorher könnt ihr die eh nicht gebrauchen. In diesem Sinne schöne Pfingsten. Genau. Schöne Pfingsten. Schöne Pfingsten. Bis nächste Woche. Vielen Dank. Machst du auf euch auf? Ja. Bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss. 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 Das sieht aus wie ein großer weißer Bart. Tschüss. 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 Tschüss.